Auch musikalisch geht es bei den Dörings eher klassisch zu. Wenn der Vater den DJ gibt, läuft Wolfgang Amadeus Mozart. Das Klavierkonzert ist der Soundtrack von Kai Julius Nachmittagen. Er hört das gerne. Er hat auch schon aus eigenem Antrieb gesagt, dass es ihm gefällt. Er hat auch schon aus eigenem Antrieb gesagt, dass es ihm gefällt.